hey freunde willkommen zurück fragen stock wieder her ja ich bin immer noch angeschlagen meine mann sind immer noch dick halsschmerzen gehen inzwischen mal mehr mal weniger ja ich kann es nur wiederholen der november ist wirklich ja der letzte monat den es eigentlich ja im jahr gibt fürchterlich ganz ganz schlimmer monat jedes mal irgendwie aber was soll's ja die düfte der woche sind trotzdem am start ihr kennt mich und ja es ist so genannte auto woche würde ich mal sagen ich habe einige auto dürfte getragen ich habe keine sieben dürfte getragen weil es gibt auch tage oder es gab tage wo ich eben keinen duft getragen habe weil wie gesagt ich bin angeschlagen aber wir fangen jetzt mal mit montag an und da habe ich den rammstein gold getragen ja den neuen rammstein gold das ist für mich einfach ein geiler leicht rauchiger wirklich minimal auch ja leder duft gefällt mir wirklich sehr sehr gut also rammstein macht schon wirklich dafür dass es vip oder drogerie dürfte sind wirklich gute dürfte weil rauch kukuma ist da drin leder ist ja eigentlich glaube ich gar nicht drin aber ich habe immer so um das habe ich ja schon mal wo ich den du vorgestellt habe gesagt er hat so einen kleinen leder touch aber mir gefällt das und auch der flakon wieder sehr nice also wenn ihr mal günstige dürfte ausprobieren wollte die auch gut halten der hält so seine sechs sieben acht stunden kommt davon wie eure haut an den tag ist dann holt euch oder testet die rammstein dürfte bitte orange kommt dann auch noch amra also das ist ein wirklich geiler duft an montag passt er einfach so dienstag habe ich den ersten autoduft getragen zwar jaguar gold ja jaguar gold gleich mal vorweg der flakon das hier um das plastik ist mist aber der duft und für den preis unschlagbar wirklich unschlagbar ich werde die dürfte so gut wie es geht und verlinkt ihr wisst bescheid richtig cooler duft apfel limette bergamonte am anfang sehr geil der ist einfach gut dass ich noch riechen kann richtig nice für den preis leute unschlagbar was ein entspannter bisschen frischer citrischer vanille duft ist so so müsst ihr euch die vorstellen dann kommt apfel er ist auch in endeffekt fast das bessere boss bottle orangenblüte und vanille und so weiter richtig geil und der kostet nicht viel hält seine acht bis neun schon gute ausstrahlung wirklich gute ausstrahlung also jaguar da wirklich was gutes kreiert eigentlich fast schon sein oder der beste dürft aus dem haus mit den alten grünen musiken duft ich glaube der normale jaguar heißt der aber der jaguar gold ist echt nice also classic gold jaguar am dienstag so donnerstag kommt jetzt mittwoch habe ich ausgelassen mittwoch ja da war ich zu hause und da war einfach das mit dem heiß noch schlimmer da habe ich einfach kein duft benutzt ja donnerstag hatte ich hier roma von laura bia jotti getragen roma umo ja damit fing alles an bei mir mit diesem duft fing alles an basilikum lorbeer an anfang das schreckt ab ja aber es passt einfach auch das auch nicht so viel lorbeer und basilikum drin an anfang einfach entspannt mit der great food und der mandarin und das lockert das auf dieser duft war ich hab dir früher nur ich hatte nur diesen duft und ich wurde früher schon wo ich jünger war an der kasse von einer elterndame wo sie riechen aber gut das war eigentlich mein signatur durfte ich habe immer nur diesen duft getragen wirklich leider ist er nicht mehr ganz so präsent so stark wie früher die tiefe fehlt auch aber trotzdem flakon ist auch gleich geblieben der duft einfach die dna ist ja einfach da und die ja das ist einfach zum verlieben immer noch rosen geraden hier im mittelteil dann zählen holz vanille und so weiter in drei dauern also wer den duft nicht kennt wird ja auch inzwischen rausgeschmissen kostet nicht so viel geld 125 wer die noch nicht kennt bitte bitte testen roma umo von laura bejordi donnerstag so freitag bentley intense jahr der nächste auto durft aber bentley einfach unschlagbar bentley ist ein killer duft vor allen dingen dieser hier ich habe noch die alte variante so die alte variante da müsste unten auch noch intens draufstehen er heißt zwar intens aber bei den neuen habe ich gehört steht nur bentley unten drauf und nicht mehr intens der hält hier über 14 stunden super geile ausstrahlung das ist der sogenannte rum duft an anfang großen geranie schwarzer pfeffer und weihrauch sehr geil dann kommt leder aber ganz entspanntes leder ganz entspanntes leder dann zählen holz patchouli und kein rum aber er riecht einfach nach rum ich bin auch der meinung da kann ich nicht genau sagen ob der jetzt wirklich doch rum drin ist aber dieser durft auch der ist schon niederknien auch bei jedem hält der duft anders und die aktuelle vision ist natürlich zurückgefahren und sorry aber trotzdem immer noch stark ja bentley intense auf freitag sehr sehr geil so guter letzt heute trage ich samstag habe ich auch wieder kein duft getragen habe ich auch entspannt es ist einfach anstrengung nicht mehr das nicht so böse wenn ich ein bisschen hier als ich die halsschmerzen nerven schuhenbein reden ja aber jetzt kommt ein duft bentley in findet sehr geil also das ist ein duft wer ein eleganten sauberen duft sucht der würde perfekt zum bentley also wirklich der passt wirklich alle bentley dürfte sind schon nice und die passen wie faust aus auge wenn du in den geilen bentley am liebsten ich ich habe ja immer den bentley flying heißt er glaube ich das lange ding da den neuen in kopf würde ich mir doch schon gerne vor die hausfülle stellen sehr interessant habe ich mir auch schon angeguckt und dann dieser duft ja sehr nice auch wenn er günstig ist obwohl in endeffekt wenn man guckt ist er günstig sonst ist er gar nicht so günstig aber die qualität dieser dürfte schwarzer pfeffer lavendel rosen garanian anfang das nehmt ihr definitiv war ja das ist so geil auch ein zweiter und dieser duft hält seine acht stunden richtig cooler flakon richtig nice amra muskat im mittelteil da sind noch einige sachen drin dann patchouli moos und wtw sehr geil also das ist ein saubermann duft wirklich eleganter duft passt wirklich so bentley und was soll ich dazu sagen sehr sehr geil ja das waren meine düfte der woche wie gesagt noch mal sorry für meine stimme für mein hals ein bisschen anstrengend aber trotzdem habe ich euch die düfte der woche vorgestellt auch wenn es diesmal nur fünf waren aber das ist eben so weil manchmal hat man denn wenn man krank ist und also auch nicht wirklich lust dürfte zu tragen konnte fahren wenn die nase dann auch manchmal zu dem moment ist sie frei bin ganz froh und ja dann haut rein macht gut und bleibt gesund passt auf euch drauf und bis zum nächsten mal folgen und bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020